Hallo und herzlich willkommen, ich bin's Till hier mit der 44. Folge meiner Serie Let's Kill mit Till. Und heute wird es weitergehen in Liga 7. Das erste Spiel haben wir bereits bestritten, sind letztes Mal aufgestiegen, haben den Titel leider nicht geholt in Liga 8, weil es hat einfach nicht gereicht. Ich habe viele Chancen gehabt, aber es wollte irgendwie nicht sein, konnte die Chancen meistens nicht nutzen. Und so sind wir jetzt einfach nur aufgestiegen, ist aber auch in Ordnung. Liga 7 jetzt, also der Gegner hier mit Sterling in Form als Stürmer. Ansonsten auch wirklich gute Spieler dabei, Kompani, Rooney hat er, Marta, Eto'o. Also wirklich sehr gefährliches Squad, muss man aufpassen, dass das da gut losgeht. Das versuchen wir auch direkt mit Ronaldinho in der ersten Minute, kommen aber nicht besonders weit, verlieren ziemlich schnell den Ball. Dann der Gegner in der neunten Minute, bringt er den Ball auf Eto'o. Der hat da ein bisschen Raum und macht einfach eine perfekte Schussfinte, also wie aus dem Lehrbuch, wird der Kommentator in der Szene sagen. Weil er einfach wirklich richtig gut gemacht hat, er lässt mich da komplett ins Leer laufen, ist dann frei durch. Und ja, schiebt den Ball da auch ein, eigentlich ein schönes Tor vom Gegner, finde ich, weil er hat es einfach sehr gut rausgespielt. Das war jetzt kein Kopfball oder irgendwas, sondern es war einfach wirklich eine sehr, sehr gute Schussfinte, die dann da auch mich bezwingt und in die Knie zwingt. Und ja, so 1-0 für den Gegner, Wollison jetzt hier am Ball, schon einmal den Ball fast verloren, dann aber der Heelshop da, schöner mit noch einem Roulette, aber dann leider vom Gegner, der Ball wurde vom Gegner abgetrennt von meinem Fuß. Ach so, ich war das Lava hier schon wieder für den Kack. Tarapt jetzt am Ball, verliert auch da wieder schnell den Ball, finde ich, hätte man auch vielleicht Freistoß geben können. Gibt der Schiri aber nicht, 29 Minuten Ronaldinho mit einem Foot-to-Foot. Geht da wieder schön, also trickst den Gegner einfach zweimal aus, aber der Schuss wird dann abgeblockt. Und ich habe natürlich auch wieder ein paar andere Sachen mir aufgeschrieben, weil, wie ihr merkt, ich kann das nicht wirklich gut, wenn ich hier die ganze Zeit das Gameplay kommentiere, gerade schon wieder einmal kompletten Bullshit gelabert irgendwie. Und von daher, ich habe mir vielleicht überlegt, das ist irgendwie so eine Sache, ich weiß nicht, ob ihr das cool findet, könnte ich mir aber wirklich vorstellen. Wir sind jetzt bei der 44. Folge. Das heißt, es wären noch 6 Folgen bis Folge 50. Und ich habe mir überlegt, dass man vielleicht nach dieser 50. Folge sozusagen einen Cut setzt und einfach dann eine Compilation macht, weil da hätte ich auch mal wieder Zeit und auch natürlich Bock drauf, eine Compilation aus den besten Toren von 50 Folgen Let's Game with Till machen. Ich denke, das ist eine wirklich coole Idee. Und dann fängt man danach einfach wieder verneuern. Ich weiß nicht, wie ich das dann gestalte, aber dann geht es halt so Season 2 los von Let's Game with Till. Wieder Folge 1 und dann macht man es halt irgendwie ein bisschen anders, bringt irgendwie was Neues rein, muss ich mir halt noch was überlegen, werde da mal ein bisschen Brainstorming betreiben und mir ein paar Ideen ausdenken. Aber ich glaube, das mit der Compilation ist eine wirklich gute Idee und wird, denke ich, auch mal den meisten gefallen, denn irgendwie jeder, der wirklich Skills gut findet, der findet erst recht Compilations gut. Und da ich ja auch, was das Editieren angeht, ein bisschen fähig bin, ja, wird das viele wahrscheinlich von euch freuen. Also wenn ihr denkt, das ist eine geile Idee, dann gebt dem Video mal einen Daumen nach oben, dann sehe ich, ob ihr das feiert oder nicht. Ich weiß ja so, wie viele Likes ich normalerweise bekommen, wenn denn jetzt der Like-Zähler da absolut explodiert und einfach, ich merke, das wollt ihr wirklich sehen, dann werde ich das schnellstmöglich durchführen, die sechs Folgen noch über die Bühne bringen und dann eine fette Compilation raushauen. Das wäre so mein Plan irgendwie. Und generell, im Moment weiß ich nicht mehr wirklich, worüber ich noch reden kann. Also ich habe im Moment nicht viel zu erzählen und weiß auch nicht, ob das überhaupt alles so interessant ist, wenn ich mal was erzähle. Meistens schon, weil, keine Ahnung, die Resonanz von euch ist da meistens so recht positiv. Aber ich würde vielleicht nochmal vorschlagen, nochmal so ein Mini-Q&A, was ich ja schon mal gemacht habe, wo ihr mir einfach Fragen stellt. Damals habe ich es über die Facebook-Seite gemacht. Ich finde es, glaube ich, noch eine bessere Idee, wenn wir es einfach hier über die Kommentare machen. Also wenn ihr Fragen habt, irgendwie an mich, die ich beantworten kann, dann schreibt sie in die Kommentare, dann werde ich da im nächsten Video und vielleicht auch noch im übernächsten Video darauf eingehen, je nachdem, wie viele Fragen das letztendlich sind. Und ja, ich denke auch, das ist wirklich eine coole Idee und da beteilige ich euch dann auch wieder ein bisschen mehr in meine Serie. Und ja, so viel dazu. Noch eine andere Sache, auch sehr ähnlich irgendwie. Auch da möchte ich euch ein bisschen mehr an meinem Spielgeschehen teilhaben. Vielleicht könnte man ja mal eine Skype-Konferenz einfach machen oder auch über Xbox Live, je nachdem. Weiß ich noch nicht genau, wie ich das da mache. Aber einfach so mit ein paar Leuten, wenn irgendwie an einem Wochenende oder so, abends, wenn ich da mal wieder ein bisschen FIFA aufnehme, so 5, 6 Spiele, dass ich euch da einfach mal irgendwie zu einlade. Und da werde ich dann noch mir überlegen, wie ich das mache. Werde ich dann einfach in der nächsten Folge ankündigen. Auch die wird, denke ich mal, diese Woche noch kommen. Und ja, genau, dann kündige ich das an, wie das dann ablaufen wird. Und ich glaube, wenn man da so mit 10 Leuten oder so einfach in der Skype-Konferenz chillt, dabei jeder ein bisschen FIFA zockt, vielleicht auch mal gegeneinander, vielleicht auch mal ein Weyga-Match oder so. Ich glaube, das ist eigentlich auch eine coole Sache. Könnte euch auch definitiv gefallen. Und ja, so viel dazu. Noch eine andere Sache. Also, das waren jetzt so meine vier Punkte, die ich eben abhaken wollte. Danach gehe ich weiterhin aufs Gameplay ein. Aber ich habe ein neues Team. Das habe ich mir gestern gemacht. Ist ein 4-3-3 in der fünften Variante. Also eine falsche 9 dementsprechend. Sind 5-5-Sterne-Skiller drin. Und auch der erste Team-of-the-Season-Spieler, den ich mir gekauft habe, ist nicht der beste. Also, da habe ich nicht so hohe Erwartungen, dass ich da wie Benni einfach ein Rooney Team-of-the-Season in mein Team hole. Nein, es wird ein anderer sein. Aber der ist wahrscheinlich nicht so feierlich. Der ist eigentlich einfach nur, um die Chemie für die anderen Spieler vollzukriegen. Und er sieht einfach noch cool aus, weil er blau ist. Und dieses Team wird es dann in der nächsten Folge geben, denn, ja, ihr habt es wahrscheinlich schon gemerkt, in der letzten und auch in dieser Episode, es läuft nicht mehr so wirklich mit dem Team. Ich habe zwar wirklich gute Szenen, aber ich mache einfach keine Toche und dann macht es irgendwie wenig Sinn, in einer Liga zu spielen, wenn man jedes Spiel verliert oder unentschieden spielt. Ja, und deswegen, zweites Team jetzt dazu, ist sowieso besser, weil man möchte ja auch mal wieder die Chemie vollbekommen. So muss ich jetzt als Team mit Fitnesskarten spielen, ist eigentlich meiner Meinung nach nicht die beste Lösung, weil es ja ein bisschen Geldverschwenderisch ist. Ich meine, im Moment sind die Karten recht billig. Man bekommt die goldenen Fitnesskarten für 800 auf der Xbox. Ich weiß nicht, wie es auf der PS3 ist oder wie es auch auf dem PC ist. Aber Xbox irgendwie so 750 bis 800 habe ich die Gold-Fitnesskarten, die glänzenden immer bekommen und deswegen war das dann auch in Ordnung, einfach wegen dem Team of the Season Market Crash. Also sehr viele Packs werden gezogen, dadurch sind sehr viele Karten auf dem Markt und wie dieses, so wie Grundgesetz, da lautet, keine Ahnung, Nachfrage und Angebot bestimmen den Preis oder so ähnlich. Und dadurch einfach, ja, sehr billige Karten zur Zeit. Jetzt dann aber mal wieder zurück zum Gameplay. Das waren einfach so die Punkte, die ich mal eben abhaken wollte. Eto'o macht da das 2 zu 0. Ich komme passend eigentlich wieder rein. Das letzte Mal, wo ich geredet habe, war Eto'o am Ball. Das Tor gemacht, jetzt bin ich wieder da und Eto'o macht wieder das Tor. Schöne Sache, nee, eigentlich gar nicht. 45. Minute, wieder Eto'o am Ball und wieder schiebt er den unten rechts rein. Eigentlich dreimal ein sehr ähnliches Tor immer. Am Torwart einfach vorbeigelegt mit einem Finesse-Schuss, gut gemacht. Gegner war wirklich ein guter Spieler und das sieht man auch, denn er führt zur Halbzeit 2 zu 1. Jopsin hatte noch das eine Tor gemacht, gerade 8. Minute, es war mehr so ein Abstaubar. Guter Skillrun, da war es eigentlich von Tarapt, aber auch der wollte natürlich nicht im Tor enden, wie auch so ziemlich alles andere. Immer nur so kack, Abstaubar und so. Also gefällt mir einfach nicht im Moment, wie das hier aussieht. Auch kein wirklich überragendes Tor in dieser Episode dabei. Ein cooler Freistoß kommt noch, aber ansonsten ja, nicht das überragendste. 50. Minute jetzt der Gegner mit Nasri. Ich komme dann mit Benazia noch dran und mein Torwart läuft mit dem Ball im Aus. Kann den Ball nicht im Spiel halten, so gibt es natürlich die Ecke für den Gegnern. Und Ecken sind natürlich immer gefährlich in diesem Spiel. Und ja, die bringt der rein auf Felipe Santana und der köpft ihn mal sowas von in den Winkel. Also genauer geht es kaum. Hat wahrscheinlich sogar noch die Latte gestriffen. Weißen, die habe ich jetzt nicht gesehen. Das Fenster ist hier recht klein, worauf ich das Gameplay sehe. Wallison dann aber direkt vorm Anstoß. Versucht da mal durchzugehen. Klappt auch wirklich gut. Tunnelt da noch den letzten Spieler, glaube ich, mit einem Schuss. Und der Torwart pariert aber zur Ecke. Also auch da wieder nicht geschafft, den Ball im Tor unterzubringen. Und Eto'o ist mal wieder durch. Ja, hat man jetzt, glaube ich, in dieser Folge schon oft genug gesehen. Links oben diesmal macht er es mit einem Vollspannschuss. Kein Finesse-Schuss wie bei den Toren davor. Und dann nochmal der Gegner durch. Das war, glaube ich, jetzt Felipe Luis. Und auch da ist Eto'o wieder da. Macht das fünfte Tor. Ja, also, es lief einfach nicht sehr frustrierend. Einfach, ich bin einfach nicht klargekommen irgendwie. Ich weiß nicht, wo es liegt. Vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass ich zurzeit sehr viel das WM-Spiel spiele. Weil ich da auch für Tills WM-Tour ein paar Sachen aufnehme. Übrigens mit Kolumbien kann ich ja schon mal verraten. Das war die Nation, für die ihr jetzt abgestimmt habt. Hier kommt der Gegner dann nochmal mit David Luis die rote Karte. Und das ist eine gute Freistoßposition für Ronaldinho. Und auch der macht das dann natürlich souverän. Also aus Standards geht dann meistens noch was. Wenn das Skillen überhaupt nicht mehr funktioniert, dann treffen wenigstens die Standards hier Ronaldinho. Also in der 90. Minute noch mit dem Anschlusstreffer. Ändert natürlich letztendlich nichts mehr am Ergebnis. Und ja, so gehen wir jetzt eigentlich ins letzte Spiel. 5-2 wirklich verloren. Sehr, sehr bittere und auch hohe Niederlage. Auch sowas gehört dazu. Ich glaube, jeder von euch hat schon mal ein Spiel hoch verloren. Und hier auch die Statistiken. Guckt euch das an. 12 zu 7 Torschüsse. Ich verliere 5 zu 2. 16 zu 10 Schüsse. Ich verliere 5 zu 2. Also die Chancenverwertung bei mir wirklich miserabel. Und ja, so gehen wir ins letzte Spiel. Ist ein komplettes Holland-Team. Eigentlich recht interessant. Sieht man wirklich selten. Oder habe ich glaube ich noch nie gegen gespielt. Van der Vaart als ZDM weiß ich nicht, ob das so die beste Lösung ist. Aber Elia hat da wirklich sogar noch einen 5-Sterne-Skiller dabei. Ich weiß nicht, ob er jetzt geskillt hat. Ich glaube eher nicht. Er hat den einfach nur reingepackt, weil er ist einfach schnell. Und ja, passt einfach sehr gut in den Holland-Team natürlich. Rein im linken Mittelfeld. Ronaldinho hat hier mal eine Szene 35. Minute schön mit dem Roulette. Aber auch da wieder sehr schnell den Ball verloren. Also es waren entweder nur sehr kurze Skillruns, weil ich schnell den Ball verloren habe. Und es nicht optimal gemacht habe, wie man es eigentlich hätte machen sollen. Wie auch hier jetzt zum Beispiel. Oder aber es waren gute Skillruns, die aber einfach im gefailten Torabschluss enden, indem der Torwart einfach den Ball hält oder ich daneben schieße oder von Pfosten schieße oder wie auch immer. Wallison jetzt am Ball 72. Minute. Gut mit dem Übersteiger da gearbeitet. Und der Schuss geht da natürlich genau auf den Torwart, wie auch sonst. Flanke dann aber nochmal von Jobson. Wallison ist da und wieder kein besonders schönes Tor. Wieder mehr so aus der Not gedrungen nach dem Skillrun. Bringe ich die Flanke und so. Geht das letzte Spiel 1 zu 1 aus. Nicht wirklich viele Punkte heute geholt, aber trotzdem hoffe ich, dass euch die Episode gefallen hat und ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn es heißt Let's go with Till. Folge 45. Weiß nochmal auf die Compilation hin. Wenn ihr das sehen wollt, gebt dem Video einen Daumen nach oben und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.